Moin aus Berlin, Sul Sul und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4. Ja, ich habe mich mal in der Zwischenzeit ein bisschen flau gemacht und wir haben hier einen Mod, den brauchen wir. Damit klicken wir sie an. Wir nehmen das Command Center, wir nehmen die Sim-Kommandos, glaube ich, genau, die Sim-Verwaltung. Dann können wir den Sim wiederbeleben. Übergehe den Sensenmann, übergehe den Wunschbrunnen, übergehe das Buch des Lebens, bring den Sim einfach zurück ins Leben. Und da ist sie wieder, unsere Anne. Wunderbar, kann sie wieder absaugen. Perfekt. Wäre doch schade gewesen, oder? Ganz ehrlich. Das ist halt die Frage, kann Anne... Wo ist sie denn? Also sie ist wieder im Leben, auf jeden Fall. Aber die Frage ist jetzt natürlich, wo ist sie hin? Warte mal. Stopp mal. Bleib mal stehen, Göre. Alter. Alter. Auswahl. Aktionen. Einladen zu. Kann ich die überhaupt einladen? Wir müssen mal eben ganz kurz hier auf Pause gehen, glaube ich, sonst wird das nichts. Mehr Auswahl. Aktionen. Zuspruch geben. Kann ich sie hierüber auch zum... Die hat ja bei uns gewohnt. Das wäre jetzt blöde. Wenn die jetzt nicht bei uns wohnen würde. Weil die ist ja definitiv jetzt nicht bei uns, hm? Ja. Freundlich. Kennenlernen. Müsst du erst mal gucken. Nicht, dass die dann hinterher wieder weg ist. Aktionen. Warum? Hm. So. So. Gucken, was wir hier machen können. Nee, reisen wollen wir nicht. Wie kriegen wir die wieder in unseren Haushalt? Weil da fehlt sie ja noch eindeutig. Ja, so cheatet man, ne? Sim-Kommandos. Sim-Verwaltung. Sim-Umzug. Jawohl, da ist sie wieder. Damit sollte sie wieder bei uns wohnen. Tut sie auch. Ihr geht's wieder gut. Wir haben unser Kind wieder. Super. Ja, ich muss immer selbst ein bisschen suchen, ne? Perfekt, die beiden haben sich wieder lieb. Und jetzt ist halt die Frage, kann Anne... Kann sie, kann sie, kann sie, kann sie, kann sie, kann sie in diesem Bett schlafen. Rechte Bette, Seite, das... Oh, das geht, funktioniert. Klasse. Linke Seite. Das wird ein Mädchenzimmer hier. Komm her. Sind voll das Mädchenzimmer. Sind voll das Mädelszimmer. Dann können wir nämlich... das Bett... das Bett... verkaufen... und das Ding auch verkaufen. Dann hat er nämlich jetzt ein Zimmer für sich allein. Ja, cool. So geht's. Dann können die beiden ja beste Freundinnen werden, oder? Perfekt. Ich weiß nur nicht, was Anne dazu sagt, wenn sie ihren eigenen Grabstern im Garten sieht. Ja, zwei Mädels unter sich jetzt. Pass auf, jetzt geht das... Ich weiß nur noch nicht. Böber, Tobin. Wär-bü. Bimpo, Skiy-bü. Oh-ho-ho-ho! Ja, ba, guz-i. Markel-war-goo! Wimba-zago. Wär-bo. Ja, ka! Vano. Ah-ah-ah. Bano-linz-o! Ah-ah-ah-ah. Ja, ja-da. Ja, perfekt. Ich bin ja mal gespannt, wie die beiden dann später drauf sind. Sie werden beste Freundinnen. Ich meine, wir spielen die ja schon lange. Und irgendwann stirbt auch mal wieder jemand von den Erwachsenen. Ich muss Marie arbeiten, oder? Irgendwann müsste diesen Scheiß hier mal reparieren. Und du, wo auch immer du gerade bist, liebe Anne, fall nicht wieder in den Pool. Äh, ja, sie mag Fitness auf jeden Fall. Ach so. Sie kann ein Bild malen. Ach, da ist sie. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Was? Das hat jetzt durchs ganze Haus geschaltet. Jetzt kommen sie alle erst mal hoch. Ah, die folgenden Tuning-Teile. Ah ja, ein gewöhnliches Tuning-Teil. Ja, immerhin. Wo ist denn Rolf? Zwei Jungs, zwei Mädels. Und die sind in dem Sinne, ich glaube, irgendwie nicht mal miteinander verwandt. Ich glaube, inzwischen sind die Pfannkuchen vergammelt. Die waren vorhin noch gut, wenn ich alles richtig im Kopf habe. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Wer kann denn hier gut kochen? Ich glaube, Marie, oder? Spezialrezept zubereiten. Alberne Gummibärchen. Okay. Ne, warte mal. Ja, ja, doch. Feier! Die ist schon so weit, dass die das machen kann, okay? Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Ah. Oh! Ha, ha! Ha, ha! Ey, und wenn du wieder absäufst, ne? Ist aber was los. Musst echt aufpassen auf das Kind. Ha! Sober Kind, so! Da war's. Wo will sie jetzt noch los? Was für uns? Wo ist denn die Pfannkuchen? という Nummer? Na, nein! Ha, tra buddy! Woeie, Bo! Huh! Oh, und ty-Juwas! querer. S wheels der Hecht, spin-Buse! Boesie! Ho, wird Incre! Ho. Oder ich tossed nicht! Ho, ha! Ich bin noch ein Borgerin! Aber was diskutiert ihr eigentlich? Was hast du denn? Was ist das Robo? 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 Was ist das Robo?